es kostet kein golden mehr äh quälst es mehr jedes mal wieder so einfach aber ich wollen wir einen anderen Tanz holen ok starten wir mal ich will nur nicht dass ich starte und ihr seid noch nicht bereit oder so deswegen passt schon ja frei bier gibt es auch genau ach so apropos frei bier wozu wir noch kein bock jetzt sammeln du kannst natürlich auch komplett besoffen spielen das haben wir auch schon mal gebracht das war super witzig aber man sieht halt kaum was torkelt da durch die Gegend gerade bei so tieferen abgründen vielleicht nicht das beste ich dachte das ist ein Grundzustand bei denen ja ja die werden sich doch nur mit Ben sitzen jetzt sind wir hier in diesen Salzhöhlen ne ja also wenigstens weniger gibt Viecher aber dafür scheinbar mehr Explosionsviecher das ist uns Viecher ganz gut lachsig Gold Hä? ja 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 das ist alles zu steil wenn ich jetzt runter seilen möchte das könnte man es mit plattformen versuchen ja das wäre eine idee ich mache ein seil wo es hingeht du machst du plattformen drunter und dann können wir von da aus weiter klingt nach ne plan das man nur zielen können klatsch da drüben ist wieder das grüne Kristallzeug äh nein komm ich irgendwie runter so ich habe noch eins drin zu sein ich habe eins bekommen aber es leuchtet noch ja genau das obere ist aus aber unten ist noch ein also das ein zweites Kristall links sein so kleine Viechern sind denn hier mal die suche wo das zeug ist ey bei den eiern ja nö die sind doch schon markiert auf dem radar da ne nicht die eier die Kristalle die Kristalle also wo du dein Licht ausmachst geht es halbwegs dann siehst es was für Kristalle ja die habe ich gerade in der Hand ok da ist noch ein Ei drin ne 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 doch da ist ein Ei drin ne wir haben ja gar kein Ei geholt nein ich habe zwei ja die es rausgeholt ich hatte eben nur ein bisschen gold gefahren hm hm ich glaube die nehmen uns das übel dass wir es eingeklaut haben warum denn nein nein wenn hat das die ist kein ganz viel kleiner wenn man einfach nur noch Mäuler sieht ja 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 weiter und jetzt kann ich das direkt dahinter deswegen kommen die ganzen kleinen piecher wo seid ihr da hier unten goldener beutekäfer hat richtig viel gold dabei gibt schlimmeres ja hier gibt es auch wieder so ein grünes jahr dies also ich könnte vielleicht kurz herkommen gut schon wieder voll mit gold da hinten ja hier hoch einfach genau hier ist auch geht es weiter insgesamt also so ein tunel weiter an der seite vorbei hier jetzt in grün Wie viele Pilze haben wir? 16 von 20, okay. Ich hab schon ziemlich viel gesammelt. Ja, ja. Die waren wir doch schon, oder? Ich glaub nicht. Wenn hier Nitra abzubauen ist, waren wir noch nicht. Das kann sein, dass die andere Ecke von dem... Ja, da drüben waren wir dann, da hinten. Wir können hier insgesamt weiterlaufen. Haben die neue Sprüche? Kann sein, Hela. Und hallo, Chironikus. Ich glaub, das ist das Ding von der anderen Seite, oder? Ach, nee, ist es nicht. Ja. Da ist es. Alle vor uns sind noch eins. Nein. Guck, legen jetzt alle her, hier. Ja. Zu spät. Oh, hier das Ding haben wir noch nicht, oder? Viel drin. Zwei da, drin. Hier, hab ein Bulletin in den Falsen! Nee, das haben wir noch nicht. Ich hab nur grad die Krabbler ausgeschaltet, da erst mal. Kannst du mir in der Plattform bestellen? Oder? Einfach mal nicht. Ich hätte mal, das ist so in der Mitte. Das ist gar so. Hey, hey. Ich wundere, wenn Sie rocken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was hängt denn hier? Ich komm da mal nicht rein. Irgendwie, es hat mich immer wieder blockiert. Du machst das schon. Ja. Das ist ein ganz Stück höher jetzt bei dir. Du bist ziemlich drunter, nur nach oben. Äh, ich bin da gar nicht. Achso, Jollum. Nach oben, Jollum. Genau. Ich hab's. Ja, meine Leute, ich wollte das letzte sein. So, einer fehlt noch. Ja, gerade zu. Ist ja noch die einfachen Level hier. Naja. Ist ja okay. Ja, ich bin da. Get's the smell out of my armor. Abnehmen wäre eine Option. Nein. Nicht viel. Abnehmen? Ja, weil ich da nicht durchgepasst habe. Das macht man den Gang größer. Das ist doch. Genau. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Morley. Komm her. Okay, ein Ponus. Wenn du mir hier gar eine Plattform hinmachst, dann kann ich von oben direkt durch. Oh, nochmal, nochmal zeigen bitte. Das ist doch markiert da. Da. Muss ich, äh, Behemoth nicht hier. Hast du schon, oder was? Okay. Achso. Oh, Gold, und? So, wir rufe jetzt einmal ein Papp Munition, dann können wir abholen. Ey, der kann nicht schwammen. Jetzt ist dieser Eierschwamm, oder? Ja, ja. Uiuiui. Okay. Also von mir aus könnten wir dann gehen. Wir haben noch das größte Ende abbauen. Ja klar. Na dann so viel Brückenkopf. Dann gibt's erstmal schön Omelette. Ja, wahrscheinlich. Genau das wird man jetzt machen wollen. Ja, ja. Gar nicht so weit weg. Ja. Können wir fast durchkraten. Mal schauen. Weil eh alles ziemlich dicht beisammen hier, ne? Ja. Ja, das einzig nervige war ja nur die sehr große Schlund. Die würde da in die Tiefe da, genau. Aber die haben wir ja ganz gut in Teamarbeit lösen können. Stimmt. Ja. 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 Das war ich. Du hast mir nicht geschrien. Da waren ja auch überall Viecher, ich wusste jetzt auch nicht, ob das jetzt vom Vieh kam, oder? So, nur schieße ich einfach instinktiv zurück. Genau. Ich werde irgendwann kommen noch Emotes, die man dann selber spammen kann am Ende. Gut möglich. Oder mindestens sagen, welcher ich dann nehmen soll. intact. Genau. Gott ist gut. Auch ein dollar. eine mission noch im pilzmohr habe ich wieder zwei sterne also boni sterne ja ich muss ja jetzt gerade auf wie teuer war das 25 sterne sparen 13 habe ich die kosten ja auch alle 343 nehmen sie noch mal so jetzt ab erst mit mir noch die kürbishelme geholt für die anderen klassen für alle ok ganz teuer jetzt mal das andere was kostet also wie kostenlos sonst immer alles ja das meistens noch nicht freigeschaltet so ich habe mal auf die später gar nicht gewechselt mehr magazin oder mehr schaden also nicht mal maximal money sondern nur höhere größeres magazin machen wir lieber mehr schaden schaden ist immer gut aber sie bier bestellt es gehen die gegner nicht mehr auf die plattform drauf ich bin gerade besoffen und da musst du hin das ist jetzt mal zehn akkake und drei und drei mehr die zehn sind ja nur bald um katholik hat ja ja aber aber halt ich meine es halt wieder einfacher es gibt sogar waffenskins es gibt verschiedene waffen auch ganz ja auch durch gesperrte ich bin betrunken die anderen waffen kommen es später ja da musst du denn so eine quest machen für jetzt ist alles doppelt ja genau das richtige alles dreht sich also ich drehe mich ich drehe mich automatisch anspruchsvolle